Ich habe ihn auf dem Friedhof gesehen. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Und Sie kannten Franz? Ja. Ich habe mir wohlgeklärt. Komm, ich freue mich noch nie. Du bist jung und schwung. Versäume diese Chance. Das ist seine Schmerzen der Gare. Die Schmerzen ist Franz. Es wäre Franz wieder nach Hause gekommen. Aber er hat nie gesagt, dass du dich in der Mitte. Liebe Anna, ich muss Ihnen sagen, dass ich das sage. Es muss sich nicht, Franz! Was wird die Wahrheit bewirken. Was empfinden Sie für diesen jungen Franz? Ich weiß nicht mehr. Warum sind Sie hier? Ich muss Ihnen alles sagen. Ich bin jemandem. Ich bin jemandem.